Herzlich willkommen zu diesem neuen Cyberpunk 2077 Video und wir hatten gerade den Livestream von CDPR zu Patch 1.3 und wir haben einiges an neuen Erkenntnissen. Gleich mal vorneweg neue DLCs. Ja wir werden den ersten schon DLCs bekommen und zwar die ersten drei und es sind genau die Sachen, die auch bereits geleakt wurden, worüber ich auch bereits ein Video gemacht habe. Also falls ihr verpasst haben solltet, was noch so alles an kostenlosen DLCs zu Cyberpunk kommen soll, dann checkt doch dieses Video aus, um dort einen guten Eindruck zu bekommen, was euch noch so erwartet for free. Die drei DLCs, die vorgestellt wurden, waren einmal zwei kostenlose Jacken von Victor, sehen relativ schick aus, finde ich, kann man schon machen. Dann gibt es den Quartz umsonst, also das schicke Auto aus den Badlands, kann man auch machen. Und als drittes DLC gibt es neue Erscheinungsbilder für Johnny Silverhand. Ich bin nicht so ein riesen Fan von dem Outfit, keine Ahnung, ob es noch mehr gibt, aber das ist das, das sie uns gezeigt haben. Und nachdem die drei DLCs genau mit dem Leak übereinstimmen, gehe ich davon aus, dass auch die restlichen DLCs, die da geleakt wurden, so oder so ähnlich auf jeden Fall ins Spiel kommen werden. Wie gesagt, checkt den Link aus, um einen guten Eindruck davon zu bekommen. Die DLCs erscheinen übrigens mit Patch 1.3 zusammen, also ihr müsst sie nicht extra herunterladen, die sind direkt in dem Patch implementiert und können dann übers Hauptmenü aufgerufen und installiert werden. DLCs sind allesamt kostenlos, kostenpflichtig werden dann erst die großen Story-Erweiterungen, aber dazu gibt es erst später Infos und Patch 1.3 wird released irgendwann bald. Mehr Infos haben wir leider dazu noch nicht, CDPR hat sich definitiv mehrfach im Stream davon distanziert, falsche Versprechungen machen zu wollen. Alles in allem, muss ich sagen, könnt ihr euch glücklich schätzen, wenn ihr euch den Stream nicht angeschaut habt. Ich fand das war ein bisschen awkward, die ganze Situation war sehr komisch. Die Entwickler und Community Manager von CDPR haben mehrfach erklärt, warum es doch so schwierig sei, für ein Spiel, das bereits released wurde, Patches an den Start zu bringen, die das Spiel nicht weiter kaputt machen, sondern verbessern. Also das, was praktisch jeder andere Hersteller auch mit jedem anderen Spiel auch machen muss, ist für CDPR offensichtlich sehr, sehr schwierig zu bewerkstelligen und deswegen dauert das wohl auch relativ lange, damit auch kleinere Fixes dann letzten Endes ins Spiel implementiert werden, weil sie auch unter der Haube manchmal deutlich größere Veränderungen nach sich ziehen, so die Erklärung. Alles in allem, fand ich, wurde ziemlich viel um den heißen Brei herumgeredet. Letzten Endes haben wir ein paar kleinere Infos bekommen über ein paar der Highlights aus dem Patch, aber ich habe ja gestern schon eine Preview dafür veröffentlicht und leider ist es nicht recht viel mehr, als dort vorgestellt wurde. Die Dinge, über die heute im Stream gesprochen wurden, waren zum einen das neue Perk-System, bei dem ihr die Skill-Punkte zurücksetzen könnt, sodass ihr sie neu verteilen könnt. Attributspunkte sind aber nicht ganz so leicht umzusetzen, auch das hat CDPR wohl auf dem Schirm und wird intern gerade diskutiert, wie man damit umgehen möchte. Das Problem dabei ist, dass sich eure Attribute ja auf die Welt und wie ihr mit dieser interagiert auswirken. Dementsprechend ist es nicht ganz so einfach, das ohne weitere Probleme einzubauen. Ein weiterer wichtiger Punkt war, dass ihr jetzt legendäre Crafting-Materialien oder generell Crafting-Materialien im Bulk herstellen könnt. Also ihr müsst nicht mehr einzeln die Taste gedrückt halten, bis etwas hergestellt wird, sondern könnt jetzt auswählen, wie viele der Komponenten ihr gleichzeitig mit einem Schwung herstellen wollt. Das ist natürlich ein ordentliches Feature und lange, 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 lange überfällig. Ein weiteres großes Feature, über das gesprochen wurde, ist die zoomende Minimap. Das heißt, wenn ihr ins Auto steigt, zoomt die Minimap heraus und zeigt euch dadurch deutlich mehr von der Spielewelt bereits im Voraus, so dass ihr euch hoffentlich nicht mehr so oft verfahrt. Das ist ja auch eines der Features, das in den Previews gestern bereits gezeigt wurde. Und ich muss ja sagen, dass ich ziemlich froh bin, dass sie diesmal im Stream nicht noch einmal das groß angepriesene Preview-Feature angesprochen haben, nämlich die Änderung im Clouds, dass die Bildchen von Sky und Angel etwas länger zu sehen sind, damit ihr euch ja nicht falsch entscheidet, mit wem ihr dann ins Kämmerchen geht. Das haben sie heute tunlichst vermieden nochmal anzusprechen. Komisch, warum bloß? Allerdings haben sie ein mindestens gleichwertiges Feature mit in den Stream reingepackt. Ich konnte mich fast kaum auf dem Stuhl halten, als ich davon gehört habe, was sie da geändert haben. Es ist wirklich faszinierend, wie wichtig und wie entscheidend diese Änderung ist für das gesamte Spiel. Denn Nibbles, also die Katze, die ihr in Cyberpunk bekommen könnt und in euer Apartment bringen könnt, kann sich jetzt frei in eurem Apartment bewegen und hat auf der Toilette sogar ein eigenes Katzenklo. Ist das nicht fantastisch? Ja, absolut phänomenal, finde ich auch. Ja, also ihr seht, ich kann mich vor Begeisterung kaum halten und ich muss leider auch dazu sagen, dass es das bereits für den Reveal-Stream war. Dafür habe ich mir eine Stunde praktisch des Streams reingezogen und viele andere auch. Die Begeisterung im Chat hielt sich auch, glaube ich, in Grenzen. Man hat den Entwicklern auch angemerkt, dass sie ziemlich nervös waren und das Ganze eine sehr, sehr komische und neue Situation für sie war. Allerdings muss ich auch dazu sagen, was wirklich auch rübergekommen ist, ist, dass die Entwickler auf jeden Fall extrem hinter ihrem Spiel stehen und selbst auch wirklich traurig darüber sind, dass Cyberpunk in dem Zustand released wurde, in dem es tatsächlich dann in unseren Händen gelandet ist. Das, finde ich, ist immer wieder sehr deutlich geworden und das stimmt mich positiv für die Zukunft. Zwar nicht für die nahe Zukunft, aber generell für das Spiel in einem oder zwei Jahren vielleicht, wenn es dann hoffentlich irgendwann soweit ist und an einem Punkt angekommen ist, der dem Spiel, der Lore, dem gesamten Cyberpunk-Universum und auch Mike Pawnsmith würdig ist. So, das war's für dieses kurze Video. Ich wollte euch bloß kurz drüber informieren, was sich so alles in einem Reveal-Stream getan hat, falls ihr den verpasst haben solltet. Jetzt werde ich mir die Patch-Notes anschauen und mich dann ans Video für euch setzen zu den Patch-Notes für Patch 1.3. Ich hoffe, das Ganze hat euch trotz der wenigen Inhalte seitens des Streams trotzdem gut gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Teilt es gerne mit euren Freunden und wenn ihr noch mehr Infos rund um Cyberpunk bekommen wollt, bleibt doch gerne mit einem Abo auf dem Kanal mit dabei. Ansonsten war's das von meiner Seite. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Habt mal einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video zu Patch 1.3. Bis zum nächsten Mal.